Okay, ihr Strollchen, es geht los. Das ist das Auflösungsvideo für das Gewinnspiel der 5 Spalding-Powell-Gudde-Basketbälle. Bereitgestellt von Basketball direkt, wo ihr den Ball natürlich auch bestellen könnt, wenn ihr ein Video eingesendet habt und vielleicht nicht unter den glücklichen Gewinnern seid. Ich habe 15 Einsendungen bekommen, viele noch last second, gestern Abend am Sonntag kurz vorher Einsendeschluss. 15 Leute haben mitgemacht, deswegen erstmal vielen, vielen Dank an Leo, Julian, Leandro, Levin, Luca, der andere Luca, Mike, Moritz, Nico, Nikolai, Ole, Martin, Tarek, Thilo und Clifford. Erstmal ein Applaus für euch. Ihr habt euch die Mühe gemacht, ein Video einzuschicken, das macht auch nicht jeder. Habt eure Skills präsentiert. Von vielen von euch habe ich auch das Feedback bekommen. Ihr habt an euren Skills gearbeitet. Das war ja auch ein bisschen mein Ansatz, dass ich nicht einfach nur nochmal Bälle raushauen wollte, sondern ich will ein bisschen, dass ihr an euren Skills arbeitet, auch was macht und viele haben mir wirklich auch das Feedback gegeben. Vielleicht schicke dir nicht das beste Video, aber ich habe eine Stunde oder auch länger am Freiplatz einfach auch damit verbracht, an meinen Skills zu arbeiten und allein das hat euch geholfen. Jetzt kommen wir natürlich zu den fünf Gewinnern. Und das erste Video, was ich euch zeigen möchte, ist vom jüngsten Teilnehmer. Das ist der Leandro, neun Jahre alt. Unglaublich. Ich habe selber, als ich neun war, noch nicht mal an Basketball gedacht oder gespielt, aber Leandro hat die Line echt krass nachgemacht. Zieht es euch selber rein. Leandro, du bekommst zu Recht einen dieser wunderschönen Paul-Gudde-Bälle. Hier ist das Video von Leandro für euch. Leandro, herzlichen Glückwunsch für deine neun Jahre. Hast du das top gemacht, echt krass zu sehen. Und ich bin gespannt zu sehen, wo dein Game noch hingeht. Jetzt stellt ihr euch die Frage, okay, 15 Einsender, wie habe ich die oft knappe Entscheidung getroffen? Ich, wir sind ja erstmal zu zweit, Tunja hinter der Kamera. Es war echt nicht einfach, weil viele von euch waren ungefähr auf dem selben Level. Aber zum einen haben wir uns natürlich meine Line auch noch mal angeguckt. Das heißt, Anzahl der Dribblings. Dann natürlich auch die Reihenfolge. Wann kommt welcher Move? War entscheidend. Auch so ein bisschen Style-Faktor. Das heißt, wenn ihr da mit einer schlechten Körperhaltung oder so ganz ohne Flavor dran gegangen seid, dann wurde es auch schwer. Wir haben in einem ersten Segment Noten verteilt, mal die ganz drei, vier, was heißt schlechten, aber die, die es nicht so gut gemacht haben, erstmal aussortiert. Und dann war es wirklich eine, ja, Ermessenssache. Und jetzt küre ich den zweiten Sieger. Und zwar ist das jemand, der es auch in der Halle vorgemacht hat. Viele von euch natürlich Wetterbedingungen haben es in der Halle gemacht. Nicht alle, aber auch der nächste Sieger, der wirklich mit dem besten Job gemacht hat. Der wahrscheinlich auch ganz gut Basketball spielt. Deswegen, lieber Moritz, erstmal herzlichen Glückwunsch an dich. Schreib ruhig mal, in welchem Verein du spielst. Das sah auf jeden Fall schon ganz ordentlich aus. Manchmal hätte ich mir so ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Action gewünscht. Aber von der Smoothness, vom, ja, vom Flow her und von der Anzahl der Dribblings hat das einfach super gepasst. Deswegen checkt jetzt hier den zweiten Gewinner, den Moritz ab. Zwei Gewinner sind im Kasten und jetzt geht es langsam an Nummer drei. Ich freue mich immer, wenn ich Zuschriften und Zusendungen von YouTube Basketball Kollegen bekomme, weil es gibt nicht so viele. Und ich finde es immer nice zu sehen, wenn sich die Leute trauen. Beim letzten Gewinnspiel hatte Mr. Mike mitgemacht zum Beispiel. Das fand ich cool. Und auch jetzt hat ein YouTube Basketball Social Media Kollege, der auf Instagram noch viel größer ist, mir auch was zukommen lassen. Und zwar der gute Leo, der den Kanal Mutant Kicks betreibt, wo er in erster Linie Schuhe testet, Basketballschuhe. So wie ich das hier auch ab und zu mache. Checkt auf jeden Fall mal bei Leo vorbei. Der Link für seinen Kanal ist auch in der Beschreibung. Auf Instagram ist der ein bisschen größer. Da hat er auch seine Hauptfollower-schaft oder seinen Kanal, sag ich mal, gegründet. Checkt den auf jeden Fall ab. Ist auch ein Baller. Und seine Line könnt ihr jetzt hier sehen. Drei Bälle sind hiermit verspielt. Zwei bleiben noch übrig. Und der nächste Gewinner von den anfangs genannten ist der Ole. Ole hat es auf jeden Fall nicht so einfach, weil in der Halle viel los war. Das heißt, er hatte zwei, drei Obstacles noch, wo er ein bisschen herumspielen musste. Nichtsdestotrotz hat Ole das gut gemacht. Auch wenn es ein bisschen langsam war. Von der Anzahl her. Auch vom Style. Und Ole ist auch ein junger Baller, der viel Zeit da reinsteckt. Und da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial, dass es noch knackiger wird. Aber insgesamt mit einem guten Wurf auch abgeschlossen. Die Reihenfolge hat gepasst. Also herzlichen Glückwunsch, Ole. Und jetzt seht ihr seine Live. Das war's von Ole. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und jetzt bleibt noch einer übrig. Und das ist jemand, den habt ihr, wenn ihr den Kanal fleißig verfolgt, schon mal gesehen. Ich feiere das immer, wenn Leute einmal was einschicken, vielleicht nicht gewinnen, aber dann nicht demotiviert sind, sondern weiterhin an ihrem Game arbeiten, weiter Sachen einschicken. Und der Baller gefällt mir ganz besonders. Nicht, weil er regelmäßig zu meinen Gruppenworkouts kommt. Nicht, weil er Linkshänder ist. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Aber für seine jungen elf Jahre hat er auch schon eine Menge, Menge Style. Ich bin gespannt, wo der Weg als Baller für ihn hingeht. Jetzt auf jeden Fall auch mit dem Paul Goodes Boarding Basketball. Herzlichen Glückwunsch an Julian. Hier ist sein Video. Das waren die fünf Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an alle fünf von euch. Ihr habt einen richtig nicen Job gemacht. Der Ball ist auf dem Weg. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass alle fünf Baller ihr Video in der Halle aufgenommen haben. Wir haben uns gedacht, eigentlich, wo ich meine Skills herhabe und wo das Game zu Hause ist, was wir so feiern, ist der Freiplatz. Deswegen gibt es noch einen zusätzlichen Gewinner, den sechsten. Und da haben wir einen rausgepickt, der die Line auf dem Freiplatz aufgenommen hat. Weil das verdient einfach ein bisschen Liebe. Und da haben wir uns für den Thilo entschieden. Thilo, wenn du jetzt zuguckst, herzlichen Glückwunsch. Ich feiere das, dass du bei dieser Jahreszeit schon anscheinend auch regelmäßig auf dem Freiplatz unterwegs bist. Bei dir waren auch ein, zwei Leute, die dazwischen gelaufen sind oder einfach im Bild waren. Gar nicht schlimm. Thilo, auch der Ball hier ist Freiplatz bewährt. Deswegen viel Spaß damit, wenn er dann bei dir ankommt. Und hier seht ihr nochmal Thilos Line. Das waren jetzt nicht nur die fünf, sondern die sechs glücklichen Gewinner des Gewinnspiels von meinem Paul Gude Basketball. Das Wichtige ist, wenn ihr gerade unter den sechs Gewinnern seid, schreibt mir eure komplette Anschrift an pg.paulgude.de. Ich werde das auch nochmal in die Beschreibung packen. Und dann wird Basketball direkt euch die Bälle nach Hause schicken. Für alle, die nicht gewonnen haben, erstmal die Teilnehmer. Die anderen 14 hätte ich beinahe gesagt. Aber es sind nur elf, die nicht gewonnen haben. Ne, warte mal. 15 minus sechs. Tough Mathe. War nie mein Ding. Ihr merkt es. Neun. Also für die anderen neun Gewinner, vielen Dank. Nicht entmutigen lassen. Auch wieder mitmachen beim nächsten Mal. Wenn ich irgendwie eine Line vormache und ihr was gewinnen könnt. Für alle, die noch nicht mal mitgemacht haben, aber trotzdem Bock auf den Ball haben. Den gibt es natürlich immer noch bei Basketball direkt. Mit dem Code paulgude spart ihr 10%. Sehr geiler Ball. TF1000. Jeder, der den Ball hat, der ist begeistert. Und jetzt habe ich noch eine Sache für euch. Beziehungsweise Julian hat die für euch. Einer der Gewinner hat wieder Bonus-Footage mitgeschickt. Auch beim letzten Mal. Beim letzten Mal war er wild mit zwei Bällen unterwegs. Jetzt hat er gedacht, okay, ich mache mir einfach eine Augenbinde vor die Augen und dribble einfach mit verbundenen Augen. Also ein Experte, wenn es um Ballhandling geht, checkt das ab. Ich bin draußen. Ihr könnt noch ein bisschen Julian zu gucken, wie er mit sogar verbundenen Augen dribbeln kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Und natürlich nicht vergessen, Glocke an, abonnieren, Instagram, überall folgen. Jetzt auch auf TikTok. Ihr kennt den Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Mitmachen, fürs Gucken. Let's get it. Danke. 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 Was ist denn da? Was ist denn da?